servus und willkommen zu einer neuen folge von drag tech 4 ja unser roger der letztes mal 1000 maschinen gemacht auf deutschland meine gesamten materialien die vorproduziert habe verbraucht richtig den gucke ich mir ja auch an jetzt wie ich die sachen herstellt das heißt hier müssen wir auch noch bauen nicht vergessen so ich stehe hier gerade unten an unserem lustigen ofen ich hoffe gerade noch dass ich einen gummihammer habe weil den einzigen aber wo ich gerade sehe mit dem will ich da nicht draufhauen mv elektrikmotor haben wir mal so gar nichts mehr von da kannst du mir dann mal bitten wir haben mal runter bringen gummihammer ein advanced masser werden reinstecken habe ich gerade gewohnt gummihammer sollten wir dann mal irgendwann mal hier wegen hinhängen so und zwar wir haben ja hier ein input mv das heißt ich nehme jetzt ein oder ich habe keinen muss kein ich nehme jetzt mal hier überhaupt ein ja diesen tank und schließt den hier an darf ich dir den zuwerfen ja bitte danke schön so jetzt haben wir hier oxygengas drin hoffe dass das klappt noch nie probiert mal wieder premiere bei uns ist momentan nur noch bei uns gibt es nur noch prämieren habe ich festgestellt ja wir prämieren einfach alles so jetzt ist ein bisschen oxygengas drin machen jetzt hier und dann heißt es jetzt in den input hatch in oder in den input was weiß ich jetzt meinetwegen mal ein bisschen kupfer rein auch der ofen wenn sogar schon das arbeiten an guck mal auf die batterie ich guck mal auf den er läuft doch doch der läuft er sofort ausgegangen war das vielleicht schon fertig bin ich jetzt blöd oder was denn ist die öl ist hier drin was soll denn das werden verbessertes kupfer ich klicke gerade mal wieder wie so ein kleiner depp durch das halbe nei steht aber da ich brauche 60.000 eu 120 per tick ich brauche cover ingot habe ich drin ich habe oxygengas drin das ist arg fernis richtig ne blast fernis ne blast fernis blast fernis erstmal arg arg fernis erasing fluid oh gott blast fernis copper ingot wird zu analyte copper ingot oxygengas haben wir drin hab ich drin 60.000 eu liegen definitiv an 120 eu per tick auch spezifisch ampere und spezifisch time 25 kapazität 1200 kelvin und das schaffen wir doch mit 1200 kelvin oder nicht mit denen ich glaube glaube das ist ja der scheiß dass das nirgends dort steht da steht es irgendwo aber wir müssten eigentlich äh oxygengas ist drin ähm stainless stainless steel brauche ich jetzt gehe mal die andere richtung platz für das ja da wären es zwei ja stainless steel dass kein problem bis 1700 kelvin ja gut also du wirst du das ja jetzt ist er an ach so ich habe noch an er ist noch an m er hat es dauert es dauert 36 sekunden er wollte jetzt nur von uns hören dass der wollte nur von uns hören dass wir alles jetzt berücksichtigt haben noch mal alles nachgeguckt haben damit er dann sagen kann jo jetzt funktioniere ich so ein bisschen oxygengas hat er denn verbraucht äh habe ich noch zu essen irgendwie oh wir haben schon zwei ich glaube ich muss mir noch zu essen holen erst mal aus der küche ja ähm also 25 sekunden mit oxygen m ach ne das äh ach Gott ohne oxygen gibt es gar nicht okay dann haben sie das auch geändert aber früher war es nämlich so wenn du nämlich oxygen mit rein hast ähm dann ist es schneller gegangen nein ich möchte meine software nicht updaten du wirst es kaum glauben ich bin gerade beim aufnehmen blöder computer blöder computer blöder aber der computer ist auch immer nur so blöd wie der bediener nee das ist diesmal eben nicht ich so das einzige ein großer programmierer das problem ist mittlerweile aber nur eins wir brauchen den stromverbrauch für diese maschine da unten du wirst jetzt nämlich gleich sehen warum hier gleich was leer äh nee ähm das ist ein nee cable denn wir brauchen jetzt dieses kabel hier wobei warte mal wir haben wir haben wie viele maschinen drüben äh zwei meserator haben wir dann eins zwei drei vier fünf also maximal sechs ich glaube es kann noch ein oder zwei dazukommen das sind es vielleicht acht ja aber ich würde gerne hinter jedem battery also battery also du immer quasi äh kabel dann battery box und dann äh zwei meserator dran hast du eine battery box quasi die zwei meserator versorgt eine battery box versorgt ist die nächsten maschinen und also immer zwei maschinen pro battery box ja können auch mehr werden aber halt wirklich so äh aufgeteilt das habe ich auf dem auf dem zocken äh server ja so getestet gab welches welches kabel hast du genommen äh ähm ist zweier äh ich glaube kopro nickel ja ich habe jetzt unrelated cover cable jetzt gemacht äh weißt du wen ich hier verlust hast per meter ähm äh ja genau ja halt ja max max also das heißt es ist 2 max am paris 2 ja dann wird es billiger äh max ja weiß ich nicht du kannst auch das 8er machen also wenn wir es hinkriegen würde ich das 8er machen ja wie gesagt ne ich bin jetzt gerade dabei das unrelated cover wire zu machen du weißt wie man es jetzt herstellt ja ja gut aber ich sag mal das hoch warum schmeiße ich jetzt meinen excavator weg weiß ich auch nicht so aber äh wenn du dein Zeug gerne wegschmeißt und danach sagst du ich hab mein Zeug verloren richtig nein das machen immer die bösen Creeper mit mir wir brauchen Alu Aluminium Sticks wie viel haben wir denn noch äh zu wenig äh haben wir noch Alu ja da sind noch Aluminium Ingots weil wir Greg Tech und Galactica so hoffen dass der Greg Tech unten auch mit äh machst du das so ich baue Motoren ja was achso und deswegen ja mach das dann mal da oben gut warum ist er jetzt ausgegangen weil Baum oder was weil Baum hat er sofort ausgemacht ich vermute dass der interne Puffer Puffer momentan leer ist ja bin sofort fertig wahrscheinlich mag er das nicht dass er hier oben sich auch Strom abzieht dass es deswegen auch nicht ging warum auch immer weil er eigentlich sagt Ampere ist egal aber ich hab fertig ja ok also ich sag mal so den großen electric blast furnace müsste man eigentlich separat und auch äh dann hinten ja ich hab auch vorhin ein wenig Battery Alloy hergestellt die schlechten Zeiten ja ah mein was brauche ich denn noch ich brauche noch Kupferkabel Kup genau einfaches Kupferkabel nö aber bitte so dann brauchen wir noch äh rubber ich glaub was heißt denn annihilated weißt du das äh nö annihilated annihilated müsste ich jetzt äh auch googeln ja ich vermute ich vermute mal irgendwie verhärtetes Kupfer oder so verhärtet verbessert wohl ever machst du mal eine Schlaf äh Schlafmütze äh jo ich ich kau mich wie immer auf dem Boden war also ja das Problem ist jetzt halt nur äh wenn wir halt ein zu dickes Kabel verwenden ne und äh die Maschine fordert sich zu viel an macht's bumm ne das hohe erste ein zu dickes Kabel ja ne wieso naja wenn du das hat ja das Kabel fängt ja an zu brennen wenn du quasi mehr Ampere anforderst als quasi äh das Kabel leiten kann dann fängt's an zu brennen das hat mit der mit mit dem EU hat das nix zu tun da hast du recht ne natürlich glaubst du dir aber ich hätte trotzdem gesagt ein Fährer reicht weil sonst wären wir nie fertig wir können es ja irgendwann wieder austauschen wir haben ja einen Unpacker ja ja stimmt die haben wir Gott sei Dank im MV Bereich alles ach du hast da hat man achso bist grad schon beim ich mach mir gerade Kabel ich lass mal schnell mal die durchlaufen ja mach mal ich guck mal wie viel ich denn schon hab äh die Hälfte so das heißt wir haben jetzt die ersten drei Stück ich brauch auf jeden Fall noch mehr Copper Wire ich baue hier mal die da rein gucken wir auf den Battery Buffer her oh oh leert sich nicht aber ich glaub wir sollten nicht mehr ein bisschen mehr auf den Strom achten ähm was soll ich denn nehmen vier Slots Battery Buffer ja ne ja ja recht glaub ich also mehr als vier Batterien also wenn du eh nur 4 Amp hast kannst du eh nur 4 Batterien reinpacken daher das heißt ich baue jetzt noch Maschinenhüllen Kupferkabel auch brauche ich doppelt oder vierfach ich glaube ich glaube vierfach so so unser Steam unten ist aus der Blackore vermute auch dass hinten kein Junkloader mehr läuft nicht dass ich wüsste ja ok aber wir haben mittlerweile wieder einigermaßen an Steam da ok aber wir sollten momentan trotzdem hier keine Maschinen mehr laufen lassen ok ach doch das zweifach obwohl das ja nicht so verkehrt ist dass ich nur zweifach Copper Kabel brauche dann brauche ich na äh Copper ok noch da also ich bin grad geflogen du auch ne eh 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 der Ich hab nur gesehen, dass du geflogen bist. Hm. Das macht er wohl nicht. Warum auch immer. Irgendwas. Aber wahrscheinlich ist das jetzt hier irgendwie... Meine Leitung, die ärgert mich ja immer so ein bisschen, ne? Ja, ja. Du hast ja alle... ...stunde... Kann man einen Wecker nachstellen, irgendwie? Ja, irgendwie schon. War lustig. Warum auch immer. Ich hab da mal dieses Kupferkabel auf den Boden schmeißen müssen. Ja, hier oben... Aber hier oben sind die Batterien wieder voll gerade. Ja, ja. Und laufen sie auch voll. Aber der Tank ist leer. Das mein ich damit. Hat kein Rubber mehr. Na, die kleinen Maschinen sollten noch, aber ja noch funktionieren. Wir haben das mal 314. Nein, die Maschine hat keinen Rubber mehr. Achso. Aber nicht zu viel reinschmeißen, bitte. Du brauchst für jedes kleine Kabel ein Rubber. Das heißt, wenn du 18 Stück brauchst, legst du es noch 18 Stück rein. Ja. Ja, weil wenn du ein wenig zu viel reinschmeißt und das Zeug bleibt drin, dann haben wir ein Problem, wenn wir irgendwelches Zeug jetzt brauchen. So, dann haben wir Maschinen. Dann haben wir nicht. Minium. Auch nicht. So. Was haben wir denn? Hauam oder was? Hauam. So, ich kann mein Rezept auch mal rausnehmen. Was ist das Zeug eigentlich noch? Hauam, Junium. Davon brauche ich jetzt noch 5. Davon brauche ich noch einen Arschroll. Arschroll? Anson Arschroll. So, gut. Heute haben wir wohl Reha ausgepackt, hä? Ja. Ähm, ich brauche einen Screwdriver. So. Ah. Jetzt bist du ausgewandert, okay. Ja, ich bin, das ist ja, ich habe dir noch ein paar isolierte Kupferkabel, habe ich dir noch ein paar reingeschmissen schon mal. So, ich brauche, um den Maschinen herzustellen, welchen Circuit? So, sagt der denn jetzt hier, der... Oh, vielleicht wie noch ein Grenzen. Gehe ich gleich mal hinten gucken. Ach, da... Okay. Ja, küttü, 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 guten Tag. So, müssen wir noch kurz warten. vielleicht hätte ich auch noch mal drauf geguckt wie viel strom dass ich dafür brauche 800 das ist ja gar nichts 800 eu schau mal ja es ist gleich gleich als hast du doch zu viel rubber rein ich brauche ja noch so viele aber lass mich dann mal kurz rein bitte also brauchst du rubber oder nicht nein ich brauche kein rubber also kann aber ist egal wenn der rubber drin ist ja so zwar in die grad 8 machine noch mal ja gut aber das finde ich jetzt zum beispiel das ist energie verschwindung also auch wenn man zwar eigentlich dafür den rente benutzt den man nicht auch aber der auch wieder was in der herstellung kostet aber ich glaube material finde ich ist dann günstiger den aus eisen den rente zu bauen und statt hier energie zu verbrauchen polyethylen dann kannst du dir sogar die maschine in der maschine hier kraften so jetzt habe ich das habe ich das und auf geht's so energie steigt aber ich brauche roten 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 polyethylen vollen bachkiller wir haben wir denn jetzt hier jetzt haben wir das feil stechtern den komfortkabel hast du den reizen isoliert ist ja du hast du schützt genug wert genug drin glaube ich also näher weiß schon mal ich schau mal gerade weil ich glaube ich habe gerade das rough iron rezept dafür gefunden das zu überspringen was wo assembler assembler graded 24 und da wollte jetzt was und weiß ich noch nicht ob das reicht brauche ich denn 288 jahre brauche ich zwei platten oder zwei das sehr schöne als auf die platten er ist wichtig er ist schön und darum ist so drin das war schon mal 15 ich brauche ich kein rough iron mehr das ist schon mal das ist das schon mal erfreulich ein paar nur noch kupferkabel sechs stück sehr schön jetzt haben wir schon mal mv maschinen holz das habe ich nämlich nur mal nur so mal am rande mitbekommen dass einer zu gesagt ja maschinen holz die baue ich ja auch nur im assembler denke ich mir warum ja rough iron acht stück noch also weil ich noch 16 kabel und vor allem man braucht keine polyethylen dinger mehr das ist das wichtigste platten das heißt sie muss ich raus rennen und irgend oder irgendwo einen scheiß machen damit ich an den an den rott daran kommt ja so okay das heißt ich habe jetzt maschinen holz das heißt ich brauche jetzt kabel zwar unisoliert isoliert wie viele kann ich dir gleich sagen vier das lot haben wir gesagt ich brauche vierfach vier stück pro 1 2 3 4 was ich müsste jetzt meinen ersten haben hast noch recht genug im system ja ich baue jetzt erstmal nur einen so wir haben unseren ersten medium voltage battery buffer beziehungsweise unseren zweiten 16 16 mv motoren drinnen so okay dann heißt es jetzt ja wenn man dann noch pisten brauchen sind es sowieso schon wieder halbiert ja er kann auch weg aber war ja kann auch rein und jetzt brauche ich die mv batterie die frage ist haben wir schon lithium auch achte davon echt zum platz soll die zahlen lassen komme ich wie ran ein produkt von spodomene ich glaube das haben wir sogar mal gucken auch mal eben eine elektro leise oder clay dass genau und dafür brauchen wir dann nämlich den mv das heißt wir können es dann mit clay dust nämlich uns aluminium dust sodium und silikon herstellen das ist doch nur die frage ob mir irgendwie eine clay farben irgendwie aufbauen können oha das ist ja wieder sind wieder tricky glaube ich muss ich leider nachgucken ob mir irgendwie sowas haben nickel dust hammer lead dust hammer gold dust hammer sodium bismut zinc sodium black granite was silber gar nicht rasturan copyright ach guck mal wir haben hier sogar noch ja also pisten haben wir sogar noch 10 haben wir 17 motoren 10 pisten alles über die frage ob wir noch ein wenig von dem zeug was da haben und was copyright copyright und braun eigentlich halt copyright tschuldigung ich habe ich glaube ich spodomene und das andere schaut aus wie so ein pinkes pinkes erz die politik genau das ding ich glaube das haben wir wenn dann habe ich das schon durchgeaugen durchgeastet schau mal vielleicht haben wir schon im system was drin äh was habe ich jetzt gesagt lithium fünf lithium das haben wir noch ja okay aber an das lithium das kommen wir jetzt dann ran übern klein wir haben auch alles gar nicht so die maschinen müssen wahrscheinlich wieder mein angehen oder so medium lithium ah scheiße ich brauche acht stück dann davon ja okay aber das machen wir dann beim nächsten mal hoffe ich weil das heißt wir werden jetzt erst mal provisorisch ich schätze mal dahinten unser crackdich aus aufklopfen dass man dann sozusagen schon mal anfangen können die ersten maschinen hinzustellen und vor allem als erstes muss dann sozusagen die maschine stehen um clay durchzuhauen was brauche ich denn um clay das herzustellen was brauche ich denn um clay das herzustellen ist ja wohl schon wieder bei 28 minuten das heißt wir sind schon wieder durch mal wieder überzogen wie immer mittlerweile ist das bei mir normal und nicht mehr ausnahme gut aber wir haben es uns noch 14 clay das zubereitet und wie die dann verarbeitet werden das seht ihr dann beim nächsten mal in dem sinne ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis dahin tschau 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 Vielen Dank.